Ich wünsche mir, dass er die ganze Zeit ist. Sorry. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja, komm, raus geht's. Warum jetzt so weit? Wieder noch mal. Gut, ab. Nein! Auf geht's. 1. 2. 2. 3. 3. 9. 10. Die Bräume. Die Bräume. Ich komme oben, ich mache gerade Kätzchen, die ist abzuseinander gewesen. Komm, rein. Die ist der! Bühne! Bühne! Geht's euch! Das relativiert meinen Sieg schon wieder. Du machst meinen Sieg immer gut. Aber ihr kennt euch ja gut, ne? Drei zu zwei? Ja. Gewinnt Uwe Werner gegen Heiko Arndt bei der Gera-Bronn. Beide die Doppelbühne letztes Wochenende in Herzogen. Aber... Und der Heiko Arndt hat auch noch das Einzel gewonnen in Herzog. 9-11. Im Fünften.